Ja, der DAX steigt. Gut, brav ist hier. Nun, die Aktien, ja, hier. Schnellgeld ist ein Topf. Und die Aktien, ja, ja, klettert auch. Wunderbar. Na dann, Kauforder. Ja, herein. Morgen, Herr Lustig. Morgen, Morgen. Eine Nachnahme, 8630, bitte. Was ist es denn? Moneymaker Softwarehaus. Na, endlich. Das ist nämlich Software für meinen Computer, fürs Online-Banking. Damit habe ich jetzt Zugriff auf die letzten Geheimnisse des Geldmarkts. Geldmarkt? Ja. Alle Achtung. Damit haben Sie zu tun? Ja. Kann doch jeder, wenn er einen Computer hat. Sehen Sie hier, jetzt habe ich 200 Aktien von Schnellgeld gekauft. Die werden jetzt steigen und steigen und steigen. Irgendwann verkaufe ich sie wieder und habe dann Geld verdient, ohne einen Finger zu rühren. Dann können Sie mir jetzt mal meine 8630 geben. Machen wir doch gleich hier. Wie ist denn Ihr Überweisungsträger? Eine Nachname muss bar bezahlt werden, Herr Lustig. Sonst ist es doch keine Nachname. Tut mir leid. Ich dachte, Sie seien ein moderner Betrieb. Die Post. Bargeld. Wer hatte noch Bargeld im Hause? Aber nur ein bisschen. Ja, hier. Ja, hübscher Leuchter, der. Ja, ein Erbstück von meiner Tante Frieda. 20, 40, 60. Ja, 62. Ja, mehr kriege ich nicht zusammen. Den Rest könnte ich Ihnen doch morgen vorbeibringen, nicht? Na, 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 na. Das holen Sie sich mal schön am Postamt ab, Herr Lustig. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag. Ach, Moment, Moment, Moment. Da sehe ich noch was. Ich bin halt auch noch nicht ganz arm. Ja, na. Na, bitte. Wer sagt's denn? Ist auch nur allerhand ausländisches Geld dabei? Das könnten Sie doch umtauschen. Haben Sie ein schönes Trinkgeld, ne? Ich bin doch kein Kellner und schon gar keine Wechselstube. Hier haben Sie Ihren Abholschein. Tag. Tag. Ah, Moment mal. Wie wäre es denn mit einem Tausch? Dieser schöne Leuchter gegen das Päckchen. Wir sind doch hier nicht auf einem arabischen Bazar. Ja, außerdem stellen Sie sich vor, jeder Kunde würde mir sein Zeug andrehen, der eine, seine Bratpfanne, der andere, ein Ölgemälde. Pah! Warum eigentlich nicht? Ist doch eine hübsche Idee. Und neu ist sie auch nicht. Menschen haben schon immer was getauscht, weil sie etwas brauchten, was sie nicht hatten. Und weil sie dafür aber etwas hatten, was andere gebrauchen konnten, also wurde getauscht auf dem Markt. Tonkrüge gegen Obst, Waffen gegen Felle, Silberschmuck gegen Kamele. Naja, was man eben so brauchte. Manches war besonders beliebt beim Tauschen in Dinge, die jeder gebrauchen konnte. Speerspitzen, Kaffeebohnen, Steinringe und Salz. Ja, Salzstangen brauchte ja nun wirklich jeder. Es war nur etwas mühsam, sie zu transportieren. Auch die Steinringe waren nicht besonders handlich, aber immerhin, so was war das erste Geld. Es musste nur noch kleiner werden. Wertvoll sollte es aber trotzdem sein. Also nahm man kleine Metallstückchen. Kupfer oder Silber oder Gold, die konnte man leicht im Beutel mitnehmen. Und dann prägte man das Gewicht hinein. Ja, da wusste man doch, dieses Klümpchen Gold wiegt so und so viel. Man muss es nicht extra wiegen. Besonders dann nicht, wenn ein bekanntes Symbol draufgestempelt war, das Zeichen des jeweiligen Landesherrn. Alle Könige und Kaiser ließen dann natürlich stolz ihren Charakterkopf auf die Söberlinge stempeln. Und durch die ganze Prägerei wurden die Metallklümpchen natürlich immer flacher und runder. Es wurden Münzen draus. Jahrhundertelang waren dann die Münzen das Geld. Natürlich brauchte man dafür sehr viel Gold und Silber. Die Spanier raubten deswegen ganz Südamerika aus, brachten das Edelmetall nach Europa, wo es dann unter großen Gefahren in Schatztruhen rumkutschiert wurde. Das war mühsam und gefährlich. Und deshalb kam es in China irgendwann mal in Mode, Schuldscheine auszustellen, wenn man größere Summen bezahlen musste. Einfach ein Blatt Papier mit dem Versprechen, irgendwann dafür Gold rauszurücken. Na, wir Westler übernahmen die Idee mit dem Papiergeld. Und so zahlen wir auch heute an der Kasse eigentlich nur mit einem wertlosen Stück Papier. Dass wir aber in Gold umtauschen könnten, wenn wir wollten. So, jetzt gehe ich zur Bank und hole mir Bargeld, dann zur Post und das Päckchen. Ach ne, was haben wir denn da? Hat wohl einer den Leuchter draufgestellt und die ist festgeklebt da dran. Wo die wohl herkommt? Ja, die bei der Bank werden es mir ja sagen können. Nicht schlecht, aber jetzt hörst du mal auf, wie der Meister das macht. Hast du das gesehen? Spitze! Ha, gewonnen! Hey, Latzhose! Willst du auch mal? Äh, ja. Warum nicht? Ach, von hier. Von hier, gut. Ja, aber beim Erwachsenen ist nur euer Mindest-Einsatz, ist klar, ne? Ja, ist klar. Oder hast du etwa Angst? Äh, nö. Ich fang an. Ja, bitte. Ja, ich fang an. Nicht schlecht? Ja, jetzt tu. Gewonnen! Ja. Wie wär's mit einer Revanche? Wenn wir den Einsatz verdoppeln und du gewinnst, hast du dein Geld zurück. Ja, klingt gut, aber du, ich muss weiter. Na gut, tschüss. Mach mal weiter, schnell. Na. Ach, Gott, tschüss. Mittagspause, auch das noch. Na, nehmen wir eben Plastikgeld. Obwohl, das ist ja auch kein Geld, sondern nur eine Art Schlüssel. Damit komme ich an mein Konto ran. Und das Konto, hm, ist auch nur eine Zahl, die sagt, wie viel Geld ich habe. Aber das kann ich mir ja nun auszahlen lassen, notfalls hier irgendwo, das, äh, ach hier, Auszahlung. Ja. Dahinter sitzt ein Lesegerät. Das kann diesen Magnetstreifen lesen und dann weiß das Ding hier, dass ich Kunde bin, nicht? Wollen wir mal, ja. Also, wie war jetzt die, ah, Quadratwurzel von meinem Geburtstag, das wäre die drei, die ziehe ich ab von meiner Schule. Die sind größer, 44, 41 und meine Glückszahl sind sieben. Also, drei, vier, eins, sieben. Ja, die Eingabe wird bearbeitet, haben Sie wenig Geduld? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihre Karte wurde einbehalten, das gibt's doch nicht. Bitte sprechen Sie bei Ihrer Bank vor, ja. Ist das nicht der Herr lustig? Hier sprengen Sie, das ist ja, ist ja keiner da. Funktioniert nicht, irgendwas ist hier. Hallo? Ja. Herr Lustig. Wollen Sie zu uns? Ja. Der Automat hat meine Karte gefressen. Ah, und dann schlagen Sie gleich Alarm. Das wollte ich doch nicht, aber ich brauch Geld. Na gut, dann kommen Sie mal mit. Die Mittagspause ist eh in einer Minute rum. Schön. Aber deswegen gleich Alarm. Na ja, die Bank muss sich ja schützen vor allerhand Gangstern. Inzwischen soll es sogar Automaten geben, in die man seine Karte steckt und dann wird man beobachtet. Hinter diesen Lämpchen steckt aber kein Kommissar, auch kein Fotograf, sondern eine Maschine, die sich Gesichter merken kann. Ein Computer natürlich. Und der soll sich jetzt dieses Gesicht merken. Ja, macht er auch. Er notiert sich zum Beispiel den Augenabstand oder die Position der Nase. Und wo er gerade dabei ist, merkt er sich auch noch die Fingerabdrücke des Fräuleins. Naja, das kennt man ja. Jeder Mensch hat ein anderes Linienmuster. Dies hier gibt es nur einmal auf der Welt. Auch unsere Augen sind einmalig. Die Iris, das Kornblumenblaue oder Rehbraune oder sonst was Muster um die Pupiller herum. Das ist einmalig. Also, scannt der Computer auch noch die schönen Augen der Dame. Ja, das dauert eine Weile. Die werden verarbeitet. Und dann werden die Biodaten, so nennt man die, von der Frau Hoffmann auf einer Karte festgehalten. Ihr Gesicht, die Einzelheiten ihres Fingerabdrucks und das ganz besondere Muster ihrer Augen. Tja, und dann muss sie nie wieder sich eine Geheimzahl merken. Sie steckt einfach ihre Karte in den Geldautomaten und lächelt ihn an, ob das funktioniert. Der Apparat überlädt noch. Na, also ich hätte sie schon längst erkannt. Aber wir sind nun mal, was das angeht, tausendmal besser und schneller als die besten Computer. Aber, ja, na bitte. Er hat sie erkannt. Wie sieht es denn mit dem Fingerabdruck aus? Ist sie selbst oder ist sie womöglich eine Betrügerin? Na, na, die wichtigsten Linien werden verglichen mit den Daten auf der Karte und, ja, sie ist es. Das ist die Frau Hoffmann und die kriegt ihr Geld. Nur ich hab wohin keins gekriegt. Was ist denn da schiefgelaufen? Also meine Karte ist weg, weil ich mein Konto überzogen hab? Um mehr als 7000 Euro. Sehen Sie mal hier, Sie haben 2000 Anteile der Aktie Schnellgeld erworben. Nein, 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 das kann nicht sein. Es war nur 200. Der Briefträger war dabei. Herr Lustig, das ist hier für uns nicht nachvollziehbar. Allerdings ist natürlich auf dem Computer schnell mal eine Null mehr gedrückt. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich würde Ihnen ganz dringend raten, wieder zu verkaufen. Ja, gut, verkaufen Sie. In Ordnung. Aber es wird nicht gerade billig für Sie. Beim Verkauf der Aktien macht man natürlich Verluste. Und außerdem... Außerdem was? Schnellgeld ist im Moment im Abwärtstrend. Wir müssen also schnell handeln. Ja, dann handeln Sie. Leider bleibt Ihr Konto, bis das Geschäft vollkommen abgeschlossen ist, gesperrt. Ach, auch das noch. Ach, Moment. Noch bin ich nicht am Ende. Hier, das ist aus meinem Sparschwein. Können Sie mir das wechseln? Also hier, die alte D-Mark-Münze, die können Sie natürlich an der Kasse wechseln. Aber das ganze andere ausländische Kleingeld, das ist hier im Inland leider nichts wert. Ach, wieso nicht? Schauen Sie mal. Hier, diese Münze ist aus Uruguay. Wenn wir sie erwerben, müssen wir sie nach Uruguay schicken, um sie in Euro zu tauschen. Aber der Transport ist natürlich teurer als die Münze selber. Ah, ja, ja. Aber, ah, Moment. Ich habe noch was. Was halten Sie denn von dieser Münze hier? Die ist ja uralt. Tut mir leid, da muss ich passen. Aber, wir haben eine Münzausstellung. Versuchen Sie es doch da mal. Na ja, gut. Danke. Und ich kümmere mich so lange um Ihre Aktie. Sehr schön. Na ja, vielleicht können die mir hier helfen. Immerhin gibt es ja Münzen und Scheine aus aller Welt. Donnerwetter. Tja, da kriegt man direkt Lust zu verreisen und all das hier auszulegen. Komm, wir reisen um die Welt mit den Taschen voller Geld. Doch kaum betrete ich das Land, ist meine Währung unbekannt. In Russland braucht man Rubel, in England das Fund. In Polen braucht man Slotty, viereckig oder rund. In Indien die Rupie, in Ungarn den Vorwind. In Israel den Schäkel, den kennt dort jedes Kind. Senor. Gerne. Zeit. Sie brauchen Peso. Peso, wieso? Wieso? Weil das hier Währung ist. Ach so, Peso. Danke. 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 Hallo. wieder wechseln, ich kriege bald einen Koller. Mr. Donner, nix gut, wir haben Hüren. Hüren, Taka, Birr, Toa, Halalas, immer wieder tauschen, das macht doch keinen Spaß. Piasta in Inti, Inti dann in Bund, das Bund zurück in Kiat, die Hände sind schon bunt. Was soll er denn kosten? Sagen wir 2500. 2500 was? Diram, Diram, wir haben Diram. Diram, Diram habe ich nicht. Diram, 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 ich gebe Ihnen wunderschöne Teppel, ich Sie mir geben, Diram. Ich pack Ihnen ein. Wenn man eine Reise tut, dann kann man was erzählen. Vor allem muss man früh genug die richtige Währung wählen. Wechselnd, 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 wechselnd um die Welt. Ich könnte mir die Haare raufen. Wie soll ich mir denn bloß was kaufen? Vor allem mit welchem Geld? Mit dem Geld komme ich bestimmt nicht weit. Ihr erinnert Euch doch nicht, die alte Münze, die unten an dem Kerzenleuchter geklebt hat. Ja, die bei der Bank konnten damit nichts anfangen. Aber vielleicht werde ich ja hier fündig. Das ist die alte Bärstädter Münzhandlung. Ja, äh, ah, guten Tag. Guten Tag. Sagen Sie, was ist das hier für eine Münze? Oh, Sie sind ein Glückspilz. Ach. Ah, ja. Da, da war sie schon, glaube ich, da. Japanische Shogun-Münze. Frühes 17. Jahrhundert. Ah, ich erinnere mich. Natürlich, Shogun. Die japanischen Ritter, Schwertkämpfe und so. Großzügiges, immerwährendes Geld, heißt diese Inschrift wörtlich übersetzt. Es gibt nur einige Hundert dieser Münzen. Vor allem nicht so gut erhaltene. Ah, ja. Und wozu ist denn nun dieses viereckige Loch in der Mitte? Da wurde ein Stab hindurchgesteckt. Durch alle Münzen hindurch. So konnte man sie gut transportieren. Ah, sehr praktisch, ja. Aber jetzt sagen Sie doch, ähm, was bringt denn so eine Münze? Wenn man damit auf eine Auktion geht, vielleicht vier oder fünf. Eventuell sogar sechs. Oh, sechs Euro nur. Sechstausend. Ach, natürlich. Sechstausend. Ja. Ja. Das... Ich zahle Ihnen... Viertausend bar auf die Hand. Wenn Sie damit einverstanden wären. Fünftausend. Viereinhalb. Gut. Einverstanden. Danke. Tschüss. 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 Hey du, machst du mit? Ach so. Na komm. Na gut. Hier ist mein Einsatz. Du bist dran. Na was denn? Traust du dich jetzt nicht? Äh, nee. Wieso? Na dann mal los. Ja, nicht schlecht. Hey du hast gewonnen, Mann. Geschenkt. Kauft euch ein Eis dafür. Ich hab genug davon. Ist der irre? Ist der überhaupt echt? Na was? Die denkt doch nicht etwa, dass ich Geld fälsche. Mach ich natürlich nicht. Aber wenn ich es wollte, wie müsste ich es denn anstellen? Ich müsste erstmals so eine Pampe aus Baumwollfasern haben. Und dann die trocknen und bleichen. Dann hätte ich Banknoten Spezialpapier. Ganz geheime Zusätze müsste ich noch dazu mischen. Immer wieder kontrollieren. Und mischen. Und nochmal kontrollieren. Nur drei Menschen auf der ganzen Welt kennen das Geheimrezept. Ich glaube der hier, der kennt es nicht. Und dann käme das Papier auf eine Walze. Auf diese hier. Das ist eigentlich ein rundes Sieb. Das Wasser kann aber nicht überall gleich gut abfließen. Und deshalb gibt es dickere und dünnere Stellen im Papier. Das sind die Wasserzeichen. Und dann wird natürlich immer wieder kontrolliert. Und kontrolliert. Ja, stimmen die Maße. Auf den Millimeter genau. Na ja, und natürlich die Sicherheitsstreifen. Würde ich ja nie hinkriegen. Aluminium bedampfte Kunststofffäden. 18 Kilometer lang. Und mit winziger Schriftbedruck werden in das Papier eingebettet. Ja, wer kann denn sowas? Ja, das scheint mir das Schwierigste überhaupt zu sein für einen Geldfälscher. Das richtige Papier. Na, hier ist es schon fertig aufgewickelt. Wird natürlich nochmal kontrolliert. Nicht nur, ob es gut aussieht, sondern ob es auch reißfest ist. Und knickfest. Fast 4000 Mal muss man es knicken können. Bis es zerbröselt. In Säure muss man es auch legen können. Na klar, das Geld soll ja auch mal einen Waschgang aushalten. Und, meine Güte, noch mehr Foltertests. Aber es lohnt sich. So ein Papier könnte ich nicht nachmachen. Na schön, das Papier ist jetzt fertig. Aber es ist ja noch lange kein Geld. Da muss doch jetzt erstmal... Ah ja, erstmal wird es beschnitten. Ja, und kommt dann in die Druckerei. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt müsste man doch sehen, wie... Ne, ne. Da lassen Sie einen nicht genau hingucken. Hochsicherheitsbereich. Ja, aber kontrolliert wird immer wieder. Zum Beispiel der exakte Druck. Das sind nämlich Spezialfarben. Und Spezialdruckverfahren. Sowas kann ein normaler Drucker überhaupt nicht. Das Rezept für diese Farben hat noch nicht mal James Bond. Ah ja, das sieht schon aus wie Geld am laufenden Band. Endlich also. Äh. Ah nein. Moment. Da kommen ja noch die Hologramme dazu. Diese reflektierenden kleinen Folien. Ja, also die könnte ich nur bestimmt nicht nachmachen. Na eher könnte ich schon auf jeden Geldschein eine Seriennummer stempeln. So wie diese Maschine hier. Das ist ja noch relativ simpel. Das kann jeder. Aber eins könnte ich in meinem Bauwagen nicht leisten. Immer eine exakte Luftfeuchtigkeit. Von genau 55 Prozent und 21 Grad. Aber jetzt. Jetzt sind sie endlich fertig, die Scheinchen. Wie viele trickreiche Geheimnisse stecken da drin. Und Gott sei Dank, die kennt nicht jeder. Also ich bestimmt nicht. Aber so ein Päckchen hätte ich schon ganz gerne. Ach ja lustig. Heute gar nicht am Computer. Geld verdienen im Handumdrehen. Hören Sie bloß auf. Ich bin mal gerade eben so mit einem blauen Auge davon gekommen. Hier, Post für Sie. Ah ja, danke. Ach, wenn Sie so freundlich wären und das mitnehmen zur Post. Ich bin Briefträger. Kein Kurierdienst. Money Maker Software House. Das kenne ich doch. Ich will es nicht mehr. Wissen Sie, diese Computer-Bankgeschäfte. Das ist nichts für mich. Ich rede doch lieber direkt mit Menschen. Außerdem gibt es ja Wichtigeres als Geld. So. Da bin ich aber gespannt. Zeit, mein Lieber. Zeit. Da haben Sie recht. Da haben Sie wirklich recht, Herr Lustig. Und deshalb sollten Sie Ihre Zeit auch nutzen. Und dieses Päckchen selber zum Postamt bringen. Dafür habe ich nämlich kein Geld. Moment. Wollen Sie welches verdienen? Kommen Sie. Wir dutschen einen. Sie fangen an und Ihr schaltet ab. Hmm. Ja. Goal. Moin, Moin.